Das Team ist ein grosser, gemischter Salat. Unser Buffett spricht von sich selbst, die ganze Variante von Stellen, die wir haben. Und es ist so genau so mit den Mitarbeitern. Ein bisschen vom Karibisch, ein bisschen von Europa, ein bisschen von Südamerika. Es ist Murti-Kurti. Mein Name ist Hector Silvio Ramirez Ramond. Ich komme auf den Karibisch, also halb Dominikaner, halb Guadalupe. Meine Hausaufgabe, Buffett putzen, Buffett auffüllen, bestellen und machen und finishen auch vor allem. Als Buffett-Mitarbeiter sind wir verkleidet. Als Koch mit Kochbluse, mit Halttuch, mit Kochmünze, mit den Shores. Es ist sehr wichtig, kommunikativ zu sein. Pünktlich. Hilfbereit. Und natürlich, gefleckt. Weil wir sind ein Vorbild. Das heißt, vom A bis Z, vom Buffett bis Mitarbeiter, muss alles stimmen. Das ist toll! Wir haben часов immer mehr Además. Wir haben jetzt schon wieder Eisbecken im Japan-Th Żyven, dein document, dein Aufrü Layout und Veronika first completed, Alle Misviets sigt hier eine reine Nachricht, die ich habe, Etwas dadurch müssen immer wieder größer. Vielen Dank.